Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Seniorenheim evakuiert. Schwere Überschwemmungen in Frankreich. Starkes Unwetter in Frankreich. Überschwemmungen führen zur Evakuierung eines Seniorenheims. Starkes Unwetter in Frankreich. Überschwemmungen führen zur Evakuierung eines Seniorenheims. Datum 31.03.24. Autorin Anita Farke Zusammenfassung. Anhaltende schwere Regenfälle in weiten Teilen Frankreichs haben zur Evakuierung eines Seniorenheims geführt. Die ungewöhnlich starken Niederschläge verursachten weitreichende Überschwemmungen und bedrohten die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Detailbericht. Ein starker Sturm hat in der letzten Woche große Teile von Frankreich heimgesucht. Der anhaltende schwere Regen hat eine Reihe von Flüssen über die Ufer treten lassen und eine große Flutwelle verursacht. Ein Seniorenheim in der betroffenen Region wurde wegen Einschränkungen in der Wasserversorgung und Stromunterbrechungen vollständig evakuiert. Die Entscheidung zur Evakuierung wurde getroffen, nachdem die Überschwemmungen einen kritischen Punkt erreichten und die Infrastruktur des Heims beeinträchtigt wurde. Alle 120 Bewohner des Heims wurden in Sicherheit gebracht und sind nun vorübergehend in einer nahegelegenen Gemeinschaftshalle untergebracht. Koordinierte Rettungsmaßnahmen. Die Rettungsmaßnahmen wurden von den lokalen Behörden in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen durchgeführt. Die betagten Bewohner wurden mit Bussen und Krankenwagen aus dem überschwemmten Gebiet evakuiert. Alle Rettungsdienste haben bemerkenswerte Arbeit geleistet, um die Bewohner schnell und sicher aus dem Gefahrengebiet zu bringen. Weitere Überschwemmungen erwartet. Die Wettervorhersagen deuten auf weitere Regenfälle in der kommenden Woche hin, was die Situation wahrscheinlich verschärfen wird. Die Behörden bereiten sich auf zusätzliche Evakuierungsmaßnahmen vor und fordern die Bevölkerung auf, Wetterwarnungen ernst zu nehmen und in sicher gelegenen Gebieten zu bleiben. Autorin Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017